Ich glaube, jetzt wird es Zeit, den Cheat-Controller zu aktivieren. Oh, shit, Leute! Leute, der Cheat-Controller funktioniert! Heyo, Leute, Crymex hier und wir werden heute cheaten in Fortnite. Ich würde wie immer behaupten, Leute, verprügelt mal den Like-Button, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, meine Freunde, ihr habt richtig gehört, wir werden cheaten in Fortnite. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie das Ganze funktioniert, ich habe mir auf Amazon einen Cheat-Controller bestellt. Und das Ganze sieht so aus, wie ihr es hier gerade im Hintergrund sehen könnt. Und das Ganze hat einfach so lange gedauert. Ich glaube, das kommt irgendwo aus China oder Asien, irgendwo, keine Ahnung, woher. Es hat irgendwie, glaube ich, einen Monat gebraucht, bis das hier bei mir war. Ich habe schon ganz vergessen gehabt, dass ich es bestellt habe. Aber, Leute, es ist gekommen. Und dieser Controller verspricht eben, die es hier schon im Titel steht, Cheat-Controller. PS4-Aventure-Cheat-Controller-Erweiterung 2018. Wir haben zwar schon 2019, aber vielleicht funktioniert es ja 2019 genauso gut wie 2018. Bevor wir das Teil jedoch auspacken, würde ich erst mal sagen, wir schauen uns mal an, was dieses Teil verspricht. Schauen wir erst mal auf die Bewertungen von Amazon. 3 von 5 Sterne ist ja eigentlich ganz in Ordnung erst mal. Es ist jetzt nicht die beste Bewertung, aber auch nicht mega schlecht. 71 Euro hat der Spaß gekostet, Leute. Also auf jeden Fall Kreator, Kramix OG. Aber ich würde sagen, lasst uns mal noch ein paar Amazon-Bewertungen durchlesen. Habe das Teil für meinen Sohn gekauft zum Geburtstag. Habe ihm gleich gesagt, er möchte damit vorsichtig umgehen, da das Gestell nur aus Kunststoff besteht. Naja, hat nicht lange gehalten. Das Grundgestell ist noch ganz, aber die Anbautasten sind schon alle weggebrochen oder abgefallen. Für 37 Euro finde ich es einen stolzen Preis für etwas Kunststoff. Ähm, das Ding ist, ich habe dafür sogar 71 Euro gezahlt. Ja, ich glaube, ich wurde abgezogen. Und Leute, wir schauen mal kurz hier in die Produktbeschreibung. Hier steht wirklich Cheat-Aufsatz für den originalen Controller. Also dieses Teil soll wirklich einfach zum Cheaten da sein. Was das Teil taugt, ob man damit jetzt zum Profi wird, weil ich einfach ein Noob bin in Fortnite, würde ich sagen, testen wir das Ganze jetzt mal. Okay, Leute, wir werden das jetzt mal gemeinsam auspacken. So, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe das schon übelst lang her, dass ich das Teil bestellt habe. Das war auf jeden Fall, glaube ich, zwei Wochen vor der Gamescom noch gewesen. Und die Gamescom ist auch schon zwei Wochen her. Also, ja, gut. Verpacken sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Hier ist so ein Kampfhubschrauber und hier steht Reflex, Adventure-Controller. Und ja, wie gesagt, der soll einfach zum Cheaten da sein. Und hier steht auch Enhance the User Skill. Also so mäßig, ähm, es wird euren Skill verbessern. So, und, ähm, ja, auf jeden Fall ein bisschen Skill-Verbesserung kann ich ja auch gebrauchen. Aha. Aha. So. Oh, was ist das denn? Leute, die machen hier noch ein bisschen YouTube-Werbung für sich. Please go to YouTube and type in iCrimi's OG. So, ihr wisst Bescheid. Oh, Leute, 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 Leute. Ich hab den Cheat-Controller in der Hand. Das Ganze sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Ich würde sagen, wir packen das mal aus. Ey, das... Leute, dieses Teil verspricht also im Internet, dass wir damit cheaten können. Oder zumindest viel besser sind. Ja. Dieses Teil. Ich bin echt mal gespannt. Wir werden das gemeinsam testen. Ich hab auch einen SCAV-Controller, äh, mit dem ich normalerweise zocke. Aber wir werden das Ganze jetzt mit einem normalen PlayStation-Controller testen. Okay, also es sieht für mich gerade aus wie so eine Art Skelett. Also so ein Exoskelett irgendwie für so einen PlayStation-Controller. Ey, das sieht echt verrückt aus, Leute. Okay, ich würde sagen, wir machen hier kurz einen Cut. Und ich... Ja, es geht weiter, wenn ich das hier drum gemacht habe. Okay, Leute, ich hab's jetzt geschafft, zumindest glaube ich das, den Cheat-Controller zu aktivieren. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Ja, Leute, ihr seht richtig. Es sieht einfach übertrieben krank aus. Und hier überall stehen Knöpfe ab. Hier hinten sind auch so komische Schlaufen und so weiter. Das Ding ist nur, es hebt auch nicht wirklich fest. Also hier hinten rutscht diese Halterung irgendwie immer wieder raus. Und jeder Hebel hier hat irgendwie so eine Funktion. Also man soll wohl irgendwie hier an der Seite mit dem Außen-Zeigefinger die Kreistaste drücken können. Hier hinten kann man mit seiner Daumenfläche X drücken. Und eben, ja, irgendwie so. Man soll jede Taste erreichen können, ohne dass man seinen rechten Daumen, mit dem man zielt, weg von dem Joystick bewegt. Also im Prinzip wie ein SCAV-Controller. Nur sieht das Ganze einfach übelst kompliziert aus. Ich meine, allein es gibt hier hinten so Schlaufen. Das checke ich einfach mal gar nicht, womit man irgendwie so schießen soll. Ja. Es sieht wirklich komisch aus, ohne Spaß. Aber wir werden das Ganze jetzt mal in Fortnite testen. Okay, Leute, ich werde versuchen, den Controller meistens so zu halten, damit ihr wirklich seht, dass ich mit diesem Controller zocke. Und ich werde auch wirklich versuchen, hier alles original zu benutzen. Ey, das ist so komisch. Man soll hier, seine Finger muss man nach oben... Warte mal, seht ihr das? Wenn ich hier meinen Finger so nach oben drücke, wird hier die Dreieckstaste gedrückt. Es ist so komisch. Und hier diese Schlaufen, Leute, also da ist, äh, komplett los. Damit soll man schießen. Wobei, Leute, ich glaube, ich werde diesen unteren Teil hier wegmachen, weil es hält einfach eh nicht richtig. Diese Schlaufen werde ich eh nicht benutzen. Aber das heißt, im Prinzip sollte das ja trotzdem jetzt noch funktionieren, weil ich muss meinen Daumen zum Ziel nicht mehr wegbewegen für diese Tasten hier. Ich kann jede Taste quasi jetzt hier mit meinem Zeigefinger erreichen. Okay. Ich bin gespannt. Okay, wir springen jetzt raus, ohne... Ich darf meinen Daumen jetzt nicht mehr hier wegbewegen. Also es soll funktionieren wie ein SCAV-Controller im Prinzip. So, da bin ich ja mal gespannt, Leute. Und wir werden unseren Fallschirm jetzt mal aufmachen. Okay, das hat schon mal funktioniert, ohne meinen Daumen zu bewegen. Das hat sogar schon mal extrem gut funktioniert. Ich hoffe, man sieht die ganze Zeit mal den Controller hier, Leute. Ey, es ist... Es ist wirklich so komisch, Leute. Ey, jetzt habe ich das Baumenü gestartet. Wieder weg. Und so, wir landen erst mal schön in Sunny Steps. Ich werde die Runde hier erst mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Okay, und aufheben mit... Ey, ich hebe einfach Sachen mit meinem linken Zeigefinger auf. What the fuck? Was ist das? Okay, jetzt hier springen. Ich bewege nicht meinen Daumen weg. Okay, es funktioniert gerade. Ich muss gleich mal testen, wie das mit dem Bauen ist. Es funktioniert. Okay, Sprung. Oh, nice. Eine Pumpgun und ein Jumphead. So. Und zack. Jetzt Inventar ordnen. Und wieder aufheben. Einfach dieser Move zum Aufheben. Man kennt ihn. Oh, mein Gott. Das ist echt... Das ist schon was anderes. Bis jetzt funktioniert das ganz gut. Aber ich war bis jetzt ja auch noch nicht... Oh, Gott. Ich war bis jetzt ja auch noch nicht wirklich in einer Fight-Situation. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, 90s zu machen. Wenn das klappt, dann... Okay, Baumenü geöffnet. Okay, warte. Jetzt muss ich erst mal kurz nachdenken, bevor ich irgendwas mache. Treppe. Wand. Okay. Sprung, Boden. Okay, jetzt sind mir die Ressourcen ausgegangen. Es ist im Prinzip... Ja, es ist... Oh, ich wollte schon fast den Ding benutzen hier. Aber nein, Leute. Mein rechter Zeigefinger wird nicht benutzt. Ey, ich öffne die ganze Zeit das Baumenü. Hör mal auf hier. Okay, Achtung jetzt. Axt rausholen. Habt ihr den Move gesehen? Habt ihr den Move gesehen? Axt wegstecken. Also ich finde, das funktioniert schon ganz gut hier mit diesem... Wie nennt man das? Die Daumenballenfläche. Kann man springen, ohne dass man seinen Daumen von dem Joystick weg bewegt. Oh, oh, scheiße. Okay, jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier los. Wir müssen bauen. Okay, und jetzt einmal Sprung. Und... Oh, Leute. Langsam läuft's hier. Und jetzt werden wir mal nach den ersten Gegnern mit dem Cheat-Controller suchen. Jetzt werden wir mal die Cheats auspacken hier. Oh, oh, da vorne ist jemand. Da vorne ist jemand auf der Wiese. Okay, komm. Komm. Oh nein, oh nein. Ich muss in den Nahkampf gehen. Oh, er will mich halt nicht so... Ey, nein, nein. Warum wechselst du denn in die Waffe? Nein, ey. Ey, Mann. Ey, ich bin einfach ins Baumenü gekommen. Einfach, wenn man hier ein bisschen hochmacht, kommt man direkt ins Baumenü. Ja, raus. Okay, Leute. Ab geht's in die nächste Runde. Und diesmal werden wir hoffentlich mal jemanden holen mit dem Cheat-Controller, ey. So, das kann ja wohl nicht sein. Wenn wir hier schon die Cheats auspacken wollen, dann muss das hier auch ein bisschen was bringen. Das Ding ist nur einfach, es verwirrt einen so krass, diese Steuerung. Ich meine, wer geht einfach mit seinem linken Zeigefinger hin, um eine Kiste zum Beispiel zu öffnen. Das ist einfach komisch. Okay, hier landen so viele. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, den Cheat-Controller zu aktivieren. Ja, ja, ja. Komm, nimm alles mit, yeah. Oh, oh. Oh, oh. Wollen, schon mal einen kleinen Bastels. Yeah, ich hab was gebaut. Wuhu. Ja. Cheat-Controller, ey, ey, man. Cheat-Controller, ey, ey. Nein. 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 Okay, Leute, wir sind jetzt erstmal im Kreativ-Modus. Und ich werde jetzt mal testen, wie gut kann man bauen, beziehungsweise einfach mal 90s machen mit diesem Cheat-Controller. Ihr werdet es sehen. Ich werde es nicht normal machen. Oh, shit, Leute. Leute, der Cheat-Controller funktioniert. Ah, verarscht, Leute. Das war nur mit Scaf-Controller. Nein, jetzt werden wir es wirklich mal mit dem Cheat-Controller versuchen. Okay, also jetzt nochmal. Erstmal. Zack. Wir gehen ins Baumenü. So. Okay, jetzt hier. Oh, nein. So. Jetzt springen. Aber man kommt an die R1-Taste so übelst schlecht dran. Es ist... Ah. Es ist wirklich... Und man muss sich wirklich an das Springen gewöhnen. Aber... Ah, 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 okay, okay, warte, komm. Wir üben das jetzt mal, und... Ja. Und springen. Oh, mein Gott. Ah, okay, okay, das war... Aber hat trotzdem funktioniert. Und... Yeah. Yeah. Okay, warte mal. Ich glaube, so langsam habe ich den... Oh, nee, okay. Jetzt habe ich genau gefettfingert. Als ich es gerade sagen wollte, so langsam habe ich den Dreh raus. Jawohl, ja. Yeah, wuhu. Nineties mit dem Cheat-Controller. Yeah, okay. Ich glaube, wir sind aufgewärmt für den Action-Kampf. Okay, Leute, ab geht's in die Runde. Wir sind aufgewärmt. Wir haben Baum geübt mit dem Cheat-Controller. Wir fliegen nach Lazy Lagoon. Okay, Tür öffnen. Immer schön die Extra-Tasten verwenden. Eigentlich ist das schon fast eine Challenge hier, damit zu gewinnen. So, let's go. Oh, die Tech-Leute. Nice. Äh, ducken. So. Okay, Leute, wir sind mitten in der Zone, aber hier ist kein Gegner bei uns gelandet. So, immer schön Tasten verwenden. Ah, Leute, ihr merkt, das wird. Das wird. Lol. Oh, ja, der Cheat-Controller, Leute. Komm. Ja. Ja. Oh, yeah. Oh, yeah. Ja. Wuhu. Und ich musste meinen Daumen nicht mal wegbewegen vom Joystick. Yeah. Oh, nein, warte. Erste Minis. Leute, jetzt mal wirklich no joke. Ich mache zwar gerade ein Video damit, weil ich es irgendwie ganz witzig fand, das Ganze mal zu testen. Aber ich gebe auf jeden Fall keine Kaufempfehlung für dieses Teil. Ich meine, es kostet einfach 70 Euro. Es hält einfach nichts. Es fällt komplett erst mal auseinander. Und ich finde, es bringt auch nicht wirklich was, weil es einfach eine komplett komische Steuerung ist. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen mitbekommen, wie ich das Ganze hier gerade mache. So mit hier bauen und so. Keine Ahnung. Das Ding ist einfach, ich glaube, niemand traut sich gerade zu uns, weil wir mit dem Cheat-Controller unterwegs sind. Na, genau vor mir. Genau vor mir. Ja, ja. Komm. Nein, 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 nein. Okay, warte. Komm, wir können ihn erwischen. Wir haben den Aim-Bot-Controller. Oh, er ist im Tunnel, Leute. Okay. Ihr wisst Bescheid. Ich spiele nur mit den Extra-Tasten. Ist er da oben? Check mich, wo der Typ gerade ist. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Ding ist, Leute, wo ich diesem Teil gerade wirklich mal Props geben muss. Aus Reflex. Wenn ein Gegner vor dir steht. Oh, warte mal. Da kommt noch einer. Oh, oh, oh nein. Oh nein. Packt das Baumenier aus, Bruder. Packt doch das Baumenier. Ja, okay. Das war es komplett mit Bauen. Okay, okay, okay. Ja. Also, gerade eben hat es einfach übelst krass funktioniert, weil ich durch diesen Druck hier beim Scopen habe ich einfach immer wieder gesprungen. Dadurch hat es extrem gut funktioniert, den gegnerischen Hits auszuweichen. Aber ja, Leute, kommen wir zum Fazit. Ich glaube, ihr kennt schon meine Meinung. Ich habe 70 Euro für einen Haufen Scheiße ausgegeben. No Hate an diese Firma, aber Leute, also es bringt einfach nichts. Ja, es bringt nichts. Trotzdem hoffe ich natürlich, euch hat dieses Video gut unterhalten und auch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es noch andere verrückte Sachen gibt, die ich mal testen soll. Sodass ihr da draußen nicht euer Geld verschwendet. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymax. Euer Crymax.